Nutzt ihr auch gerne euer Smartphone als Navigation, um mit eurer Simson ans Ziel zu kommen und sucht aber noch nach einem vernünftigen Halter, um das Ganze richtig zu befestigen, dann seid ihr heute genau richtig, denn ich stelle euch diesen Smartphone-Halter mit integrierter USB-Ladefunktion vor, mit natürlich auch passendem Zubehör. Ich hatte es gerade erwähnt, universal, das heißt ihr könnt mittels der Stellschraube hier ganz einfach eure Breite vom Smartphone auswählen und schön klemmen. Habt auf der Rückseite einen Kugelkopf, der es natürlich ermöglicht, den Halter an einer beliebigen Stelle montieren zu können und das 12-Volt-Kabel, das ihr an eurer Fahrzeugbatterie anklemmen könnt, damit ihr auf dieser USB-Ladebuchse dauerhaft Strom habt. Die könnt ihr natürlich dann auch nochmal separat ein- und ausschalten. Und dann sind natürlich auch noch verschiedene Einsätze mit dabei, Montagematerial und so ein Adapter hier, den ihr unter euren Spiegel schrauben könnt und genau das mache ich jetzt mal schnell. Wie ihr sehen konntet, die Montage war wirklich sehr einfach. Und jetzt würde es euch noch interessieren, was war eure längste Reise mit eurer Simson bzw. was habt ihr dieses Jahr vor? Schreibt es mal gerne in die Kommentare.